Wo ziehst du jetzt wieder rum? Nee, weil ich hab auch nur mit Filmen. Alles für den Vlog quasi. Wurde ganz Privatleben gezeigt. Alles für den Vlog, alles für den Film. Moin Moin, herzlich willkommen. Das ist mein Channel. Und wir starten mit Vlog Nummer 5. Ganz schön früh noch. Jetzt kurz vor 7. Neuer Helmschirm ist auch am Start. Und heute jetzt schön mit dem Passarati und mit dem neu lackierten Hänger. Ja, in der letzten Folge war er noch so ein bisschen wild von der Farbhaltung, von der Farbe her. Ach, wir schmeißen ja immer die Sachen ans Auto. Passt natürlich nicht zum Look vom Passarati. Irgendwo, der kurzer hat mal schwarz gemacht. Werdet ihr gleich sehen. So, und falls ihr euch fragt, wo die geile Mütze hebt, ne? Liebes Film hier im Shop. Link ist unten in der Videobeschreibung. Schicker Pullover. Ja, der Pullover ist übrigens von Sauerkraut. Danke nochmal an die Jungs von Sauerkraut. Henry ist ja unser Sauerkrautmodel. Werde ganz lieb gefragt bei dem Pulli, fand ich sehr geil. Und ja, kann ruhig mal ein bisschen Werbung machen, wach? Also wie gesagt, das ist keine bezahlte Werbung, aber ich habe eine Tatsache umsonst bekommen. Deswegen Dankeschön dafür. Ich finde ihn mega geil. Luca wird ihn auch richtig üblich gefallen. Ich werde ihn online besorgen. So Leute, die meinen Instagram Story verfolgt haben, die wissen jetzt natürlich auch, dass es heute wieder mit der richtigen Old Lady, mit meinem Rennmotorrad quasi. Die ist so hübsch mit dem komplett rot. Ach, ich liebe dieses Motorrad. Ah, Hasi? Ja. Hast du Video gefilmt? Ja, bedankt. Ja, also wie gesagt, den Hänger haben wir mal kurzerhand ein bisschen schwarz gemacht. Das ist natürlich für das Auge ein bisschen besseres Bild als vom letzten Mal. Kann ja noch mal vom letzten Video einblenden, wie er auch sah. War schon ein geiler Zuckerspann. War nicht so schön. Na ja, dann geht es jetzt los. Ich gehe heute nach Sprennberg. Ein kurzer Zwischenstopp an der Tacke. Frühstücken. Und dann geht es ab. Und Michi, du wehst, der ist mal wieder nur für dich. So, nun war jetzt gleich das YouTube-Money von der Bank. Und dann geht es ab. Aber ohne euch könnte ich mir nämlich gar nicht schleißen. Also, wie gesagt, guckt mal Merch. Schön unten in der Videobeschreibung ist der Shop-Link dran. Ach. Ah. Meine Gang für immer fickt auf dein Gerede Keine Zeile, keine Liebe für die Szene Sich rein TK, TK eilig wie ein Tempel Und die Szene trägt in drei Jahren meine Stempel Denn ich red nicht wie die anderen, ich bin real Und ich mache, und ich mache viel zu viel Moin! Moin! Sind ein paar Sticker dabei? Muss ich mal nachher kicken, ich glaube irgendwo hinten drinnen Ich bin total voll gepackt Ich hab nichts drauf, die hier fahrt schon eine halbe Stunde Ach, hör auf! Ah, das ist nicht fertig, fertig im Wetter, ey! Sooo, wir sind angekommen beim MCC Spremberg Warten hier fleißig in einer Reihe, bis wir uns anmelden können Ausgefüllt ist schon alles Ich zeig den Zettel nicht, da steht nämlich meine private Adresse drauf Aber wir sind ja nicht, was für Psychos hier den Scheiß gucken Die mich dann zu Hause besuchen kommen Wie gesagt, wir warten jetzt, bis wir hier unseren Zettel abheben können Suchen uns einen schönen Platz aus, holen noch ein schönes Zelt auf Und dann werden wir noch eine Stunde fahren Und dann ist eigentlich auch schon Mittag, dann wird das mal schön hier grillt Da kann ich am meisten Bock drauf heute quasi Will essen? Ja Hallo! Hallo! Ich bin auch angemeldet Dich da eintragen und deine Frau? Ja! Wie viel kriegst du jetzt? 15? Hier, ich geb euch 20 Ciao! Genau So, genau Ich hoffe, dass ich immer so sage, das ist im Video auch übelst krass Ich kann ja immer alle meine Sohs zusammenschneiden Das hört sich auch mal ins Witz hier an Machst du eh nicht? Nee, mach ich nicht Ich stell mir nicht selber schlechter da, als ich bin Nee Gut Glaub mir, meine Gange zurück Ah, 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 ah Glaub mir, meine Gange zurück Ah, ah, ah Meine Gange zurück Meine Gange zurück Meine Mucke macht mich arm und macht mich reich Meine Mucke scheißt auf dich und den Vergleich Du wirst nie, was unterhilft, dein Studio macht nicht Ich bin oben und genieße meine Aussicht Kann ich atmen, denn der Rauch macht mich kaputt Doch ich schreie, was ich schreibe, denn ich muss Blut in meinem Kopf, in meinem Auge Der Hive ist heilig, ewig wird mein Glaube Ja, der biegt mein Kreuz, ich offer meine Seele Jedes Wort gleicht einer Predigt, wenn ich rede So, also wie gesagt, bald gibt's ein neues Zelt Ich zeige euch dann Ich ziehe mir jetzt erstmal um Bei zweieinhalb Grad Außentemperatur draußen im Zelt Schön oldschool-mäßig, so Und dann können wir mal die erste Runde drehen Mach mal den Witz Langsam wird es einfach Zeit für neue Stiefel Könnt ihr mal unterschreiben, was ihr für Stiefel fahrt? Ah Wichtig ist, es muss geil aussehen und die müssen wenigstens ein Jahr durchhalten Sauerkraut holt die noch aus Andere Klamotten an und jetzt ach, Alter Verstehen ihr Ernst, warum man sich sowas für so ein Wetter antut? Aber naja Ich nehme euch jetzt mal eine Runde mit Helmkamera mäßig Mal gucken, vielleicht kriegen wir da noch ein paar Auslaufnahmen hin Aber das ist wirklich eisekalt und windig Und ich glaube die Begleiter dürfen auch gerne mit auf die Strecke Wir sollen auch mal gucken wir das machen Wir sollen auch mal gucken wir das machen Und dann Anwärm Aa מ Musik Möchtest Läggs 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 Das war's für heute. Das heißt, die beste Bremse in der Welt haben, wenn die Räder blockieren, blockieren die Räder. Hast du ja die Teller schon geholt? Teller, Teller, Teller. Du kannst ja gerne nachher ein bisschen rumrennen und ausauflammern. Mach ich. Wär lieb. Mach ich. Dann mach ich doch ein Video. Gut. Okay. Ich lebe aus der Region. Nur bei mir. Gar nicht bei ihr. So, zeig mal, wie spät haben wir. Irgendwann später. Na, wir lassen sie sehen. Mann, du bist langweilig. Du musst langweilig. Du musst fahren. Ist langweilig? Ja. Ja, mach ich gleich. Scheiße, oder? Man, eigentlich kann ich die ganzen Dinger auf dem Schrott holen und es für neue Kurven machen. Ne, Henry. Ne, einfach musst du mal fahren. Du musst da auch mal was machen. Was soll ich denn machen? Ich bin die ganze Woche weg. Ja, schön Moped schrauben. Das kannst du. Ja. Boah, wenn Simi jetzt schönen neuen Tango bauen. Mann ist ja schön Piss-Game. Aber nicht mal schaffen wir eine Kette zu machen. Acht Wochen. Fortschirm mal hier den Motorblock. Wie wird er rausgepisst. Schon seit Wochen. Robi würde sich den angucken. Er würde das Ding nehmen und hinten an eine Wand stellen, da wo der Strott stand. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Du bist so ein Stück Scheiße in dir, Alter. Oh ja. Du meinst nicht. Du meinst nicht. Der Typ ist Caro. Auch das bowling toilmisch. Du siehst du nicht. Wir drei Lincolnen Nachrichten. Wir haben jetzt gesehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben. Für die, die das Video anklicken und Daumen nach unten machen, danke dafür. Auch geil. Alles für den Algorithmus. So, haben wir jetzt alles auf den Laden, alles eingeladen. Das ist für uns schon nervig. Also ich probiere auf jeden Fall noch einen Transporter. Guck dir die Scheiße an hier. Stinke sauer. Der hört so richtig aus. Also bis Danzig, bis Denver und Schlesikowski. Ich kann nicht gehen, Alter. Ich kann nicht gehen.